Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist das erste Mal in... Oh, nicht so weit. Wie man hier schon sehen kann, bin ich von Eisen. Ich habe mich hier schon einigermaßen gut equippt. Ich habe hier einen kleinen Starter-Base-Essen-Versorgungs-Ding. Ich bin im Discord mit SnapX und Plaudosarus. Und das sind übrigens ganz nette Leute. Und es lohnt sich auch mal vielleicht nachzuschauen. Das ist hier meine Base bisher. Das ist noch nicht groß und ich baue jetzt erstmal ein bisschen. Ich baue jetzt gerade Farmen, damit wir jetzt hier ein bisschen die Base verschönern können. Aber mein Baum ist hier gewachsen. Darum würde ich sagen keine. Leute, ich bin leider gestorben. Und das bedeutet, ich muss mir jetzt halt alles neue zusammenfragen. Ich war jetzt schon einiges am Farmen. Ich kann mein Steinschwert eigentlich wegwerfen. Ich habe hier weiß paar Schiffe-Nuten, paar Shipwrecks. Das war auf jeden Fall ganz geil. Aber ich brauche jetzt erstmal noch ein bisschen mehr, damit ich mal voran... Also Leute, ich bin gerade mit Plaudosarus. 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 Beim Blaze-Rots-Farmen. Und wir warten jetzt hier auf die Blaze-Rots. Ihr könnt bei Ihnen vielleicht mal vorbeischauen. Da kamen jetzt Blazes. Wir müssen jetzt mal... Also bei mir braucht ihr nicht vorbeizukommen. Ja, bei Ihnen kommt halt kein Videos. Was habt ihr hier? Das ist nicht gut. Das tut dann haben wir zwei. Perfekt. Hättet ihr dies nicht wissen, wir wollen den Minecraft durchspielen. Und darum brauchen wir Blaze-Rots und Ender. Leute, ich habe hier so viel Deko hier. Ich würde sagen, wir sind fertig mit unserer Starterbase. Aber schaut mal, wie geil das aussieht. Also ich habe mich innerhalb von Underground echt krass gesteigert mit dem Bauen. Und hier hinten haben wir jetzt auch noch einen kleinen Bereich. Hier habe ich eine kleine Treppe nach oben gebaut. Hier habe ich noch ein bisschen Deko gebaut. Das gefällt mir. Aber von unten sieht es jetzt inzwischen schon so aus. Ich habe hier ein paar Teppiche reingebaut. Hier ein paar Kisten. Ein bisschen nicht alles verschwünert. Hier haben wir überall noch so kleine Säulen. Aber jetzt müsst ihr hier von wahrscheinlich vorne alles schon gesehen haben. Hier haben wir noch einen kleinen Lager. Hier muss alles noch ein bisschen verschwünert werden. Und das sind hier perfekt angepasst. Hier haben wir auch noch ein paar Furnisse drin. Also mir gefällt auf jeden Fall die Starterbase. Das ist aber eigentlich mein Ziel, den auch nicht so weit ist. Hier eine kleine Insel aus Mossy-Karlweb-Stone zu bauen. Damit fange ich jetzt glaube ich mal an. Einige Zeit ist vergangen. Und ich schaue mal. Oh. Oh. Okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, wieso gehen Grüße an? Ja, Flitzlucki. Keine Ahnung. Das ist von dir, ne? Also danke dafür.